Ich hab mir ein Zügelchen erzählt. Mach, mach, mach! Mach, mach, mach! Warte mal, warte mal, warte! Ich mach die Geräusche, okay? Warte, noch nicht! Doch, 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 mach! Mach nicht! Mach, mach! Das tust du für YouTube! Ey, außerdem, ey! Das geht gar nicht, weil da noch Abstand zwischen den beiden ist. Dann kannst du gar nicht beide durchbrechen. Dreh den einmal um! Geh den um! Geh den um! Nein! Das funktioniert niemals! Ey, Roman, das machst du doch klar! Wenn einer mit dem Topf geht, dann geht er auf die Hunde mit der Hand! Wer war's? Eine Hand zum Schwein im Bild und keiner! Aber dann echt! mal! Ich hab' dem Ding schon gemacht! Hahaha! Oh, mach! Tschüss für uns ist das Klasse, tschüss für uns ist das Klasse! Oh, Mann! Oh, Mann! Keine Eier! Mach halt! Was ist das? Wie ist das? Wie ist das? Und einfach! Ja! Ach so, einfach! Wo ist das? Das macht doch leichter! Nee! Ich hab's ja nicht aufgeworfen! Ja du dachte... Roman liebt sie! Hatten! Du sagst deinem Trainer, Ich hab das richtiges Mal gesehen. Ich bin die. Das ist so. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ich will nur mal gucken wie das geht durchs. Aaaaaaah! Waaah, ich schreie, ich bin draußen. Ach, ich schreie, ich bin draußen. Hunde sie, hunde sie an der Nähe! Hunde sie nicht um, der hat es noch zu sein. Erst muss er noch digitieren. Erst muss er noch digitieren. ja, so schaust du nicht, Digga du gehst hier zuuuu sterben jetzt aber nur ey, hör mal P man aufpassen erst noch aufpassen 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 aufpassen